Der Felkurat Katz hat sie mir empfohlen und wünscht, dass sie seiner Empfehlung keine Schande machen, gell? Ich hab bereits ein Dutzend Putzer gehabt und keiner davon ist mit mir warm geworden. Ich mach sie darauf aufmerksam, dass ich streng bin und jede Gemeinheit und Lüge schrecklich straf. Ich wünsch, dass sie immer die Wahrheit sprechen und ohne Widerrede alle meine Befehle ausführen. Wenn ich sag, springen sie ins Feuer, so müssen sie ins Feuer springen. Och, wenn sie keine Lust dazu haben. Wo schauen sie denn hin? Was haben sie überlegt? Dort ist ein hübscher Kanarienvogel. Also bei mir muss Ordnung und Sauberkeit sein. Man darf mich nicht belügen. Meldung als Amst, Herr Oberleutnant, ich verstehe. Ich bin der Meinung, dass es immer am besten ist, zu gestehen, aufrichtig zu sein und wenn ich schon was anstelle, zu kommen und zu sagen, Meldung als Amst, ich habe das und das angestellt. Bei mir müssen sie Stiefel putzen, ihre Uniform in Ordnung halten, die Knöpfe ordentlich anknitt haben und sie müssen den Eindruck eines Soldaten und nicht irgendeines Zivilisten machen. Es ist merkwürdig, dass sich keiner von euch militärisch benehmen kann. Nur einer von allen meinen Dienern hat ein kriegerisches Äußeres gehabt und zum Schluss hat er mir meine Paradeuniform gestohlen und in der Judenstadt verkauft. Zu mir kommen Damen zu Besuch. Und manchmal bleibt ein Übernacht hier, wenn ich am Morgen keinen Dienst habe. In so einem Fall, da bringen sie mir den Kaffee zum Bett, wenn ich leute. Verstehen's? Megasams, dass ich verstehe, Herr Oberleutnant. Wenn ich unverhofft zum Bett kommen möchte, könnte es vielleicht mancher Dame unangenehm sein. Ich habe mir einmal ein Freude nach Hause genommen und meine Familie hat uns, gerade wie wir uns sehr gut unterhalten haben, den Kaffee ans Bett gebracht. Sie ist so erschrocken. Und und ich bin ein Freude nach Hause, Vielen Dank.